Am geilsten fand ich ja die Aussage von Ogu, als alles im Mach runter ging, ich hab Durchschuss. Ja, du hast nen Durchschuss bei dir gehabt. Ich hab Durchschuss. Also jetzt mal, Leute, ein bisschen zacki zacki in der rechts. Sorry, ich glaub ich kann das Spiel noch ein bisschen lauter machen. Na gut, wenn du hinter mir stehst, dann lass mal hier, ne? Wir spielen mal Alptraum zusammen Ogu, ne? Dann kriegst du erst mal Freilich. Das ist geil. Friendly Fire, richtig gut. Yay, Friendly Fire. Kannst du dir dann mit den Bobben erst mal richtig ins Gesicht hauen? Nicht schlecht. Dann spiel ich aber die Feuerbank hier. Nein. Aber die drei obersten Gegenstände sind dann halt, äh, Orangenhaut und so. Ja, das ist ziemlich gut. Kein Wunder, dass ich zu scheiße war, ich hatte keinen Halt. Also kataklystisch ist aber eh das Beste, ne? Eine Minute, oder? So, action. Ja, in einer Minute müssen wir durch sein. So, ich hol mir mal hier gleich die Truhe. Wir gehen gleich nach rechts durch. Also ein bisschen dallydally. Hier ist noch ein Trank, den nehm ich gleich. Äh, Strangler. Wo, 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 wo? Hinter dir. Wo ist er? Wo, wo? Genau neben mir. Ich hab's schon mal gesagt. Ich würde sagen, den Pok lassen wir uns direkt über weg. Dann kann er auch besser die Aufnahmen machen, weil er sie aus unserer Sicht nimmt. Das hat wirklich wehgetan. Das hat wirklich wehgetan. Das sollte auch wehgetan. Aber es macht mir eigentlich auch nichts aus. Ich bin ja härter. Entscheide dich mal. Ja. Greift in the fields. Vielleicht fein, oder? Ja. That's what she said. Äh, he said. Nein. Ach so, jetzt kommt der Wort. Nein! Du Schwein! Da kackst du doch, ey! Ich wollte doch werfen! Das geht mir, das Ding. Oh, scheiße. Und? Ich bin fast reingefallen dabei. Gut, Oli. Gut. Aber dafür wird's hier voll. Ihr redet gerade über skillset. Pick up a barrel. Das hat nicht ge... Scheiße hat nicht getroffen. Kein Problem. Gut. Ich nicht. Do it! Äh, ich geh mal nach drüben, hol mir das andere Fass. Assassine! Bei wem? Weiß Froth. Fuck! Hat mal jemand Heilung? Äh, ich hab Heilung. Du kannst dann gleich das Ding haben. Boah! Achtung, Achtung, mein Wurf! Ach, scheiße. WTF? Was? Oh, rechte Heilung hier unten. Was? Kommt, geflogen. Oh, oh. Es rollt runter. Das kriegt der Ding. Ich liege. Oh, das war knapp. Ey, sorry. Ich versuch die von oben wegzusnipen. Aber ich kam nicht so schnell runter. Oh, scheiße, scheiße. No, ich komme! Aufputschmittel. Die Seite benutzen. Ja! Kann ich die Seite benutzen? Was? Oh, Dana, direkt neben dir. Willst du mich verarschen? Ich bin... Oh, scheiße. Wie sind das so viele gerade? Was ist denn los mit euch? Ich dachte ja, wir nehmen hier auf und dann läuft das, aber... Ja, das ist halt nicht so viel mit den Raids, weißt du? Warum der? Weil er dicht noch heilen kann. Was ist denn hier? Uri, kommen wir zu mir. Ich bin hier. Ich gehe auch gleich drauf. Was ist los mit euch? Aufspielen wir noch mal schwer. Ey, Uri ist so gar nicht equipped. Na boah. Ah, ich bin nicht, als würde das irgendetwas ausmachen. Ja. Ein bisschen, aber nicht so viel, wie das hier, wie wir gerade failen. Ja. Ja, da oben. Ja, da oben. Gott, ich brauche nicht Munition. Ernsthaft. Bist du mich? Ey, ganz im Ernst. Sonst ist die Kollisionsabfrage bei den Fässern ein Witz und jetzt geht das nicht. Tu halt mal nicht so. Ja, hier ist ein Tor. Schön für den. Öffnen. Nur wenn sie leuchtet, dann ist sie leuchtet. Hier ist noch eine Sturmratte, Leute. Wobei dir. Nur Aufgeradenschläge gegen die, ne? Ja, Mann, ist schon. Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Ja, hier sind genau da. Jetzt steht genau da drin. Wir haben den, wir haben den. Oh, so. Ein Fass noch. Ah, ne, zwei Punkte. Oh. Runterwerfen und runtergehen am besten. Boah, scheiße. Schon wieder neues Game. Was ist denn los hier? Schössstus, Lobi? Ich hab's hochgekommen, ja. Ich hab's gerne gehört. Pass auf, Oli. Schwenk da. Jo. Ist der tot? Gatling hoch. Wo ist der Gatlinger? Der schießt auf mich. Am Eingang. Ich hab dich. So langsam sollten wir das Event hier schaffen. Ach so? Ja. Sonst ist das Ding durch. Ach, wir sollten das Event schaffen, dann müsste der versterben. Ja, das hat eben gut funktioniert. Boah. Ich hab SP bekommen. Ich, äh, pass. Nr. 5 runter. Achtung. Ihr müsst es aber auch dieses Mal treffen. Ihr müsst euch wirklich mal anstrengen. Ja, du musst halt auch in unsere Richtung werfen und dich in das Loch. Ich hab's direkt dahin geworfen, wo ihr hochspringen könnt und das alles Ding werft. Und? Jetzt. Alles und nichts, Oli. Komm, Oli. 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 Jeder von euch heilt das. Okay. Einfach mal schön aufs Schwein gehauen. Chris, du hängst wieder ziemlich nass beim Zugucken, oder? Das ist das Video, ja. Truhe und nichts drin, sehr schön. So, ich bin dafür, dass jetzt der Dicke kommt. Das wär geil. Ja, jetzt hab ich wieder Munition. Jetzt können wir's machen. Ich würd's auch ohne den Dicke machen. Wo kommen sie denn? Ah, hier vorne ist noch ne Truhe, Leute. Ich muss sagen, wir gehen mal direkt zum nächsten. Wir eiern zu lange rum, mal wieder. Ich will die Truhe noch haben. Ich glaub, ich will meinen Ballonswürfel. Da ist keiner drinnen. Hab's dir gesagt. Verdammt! Hab's dir gesagt. Äh, ein bisschen tanken vielleicht irgendwo in der Ecke? Ach, scheiß Torf. Warum musstest du jetzt in den Heiltrank gehen? Warum nicht? Luke my HP. Los, weiter geht's. Äh, lass uns unten durchgehen, da sind noch Truhen. Und dann halt rechts zum Lagerhaus. Waren die wirklich noch Truhen? Hier ins Wasser. Hier unten sind Truhen, Bomben. Eine gehört mir. Und bitte fallt nicht ins Wasser. Was passiert hier mit dem Wasserfall? Du bist tot. Ah, hier ist noch ne Heiltrank. Oli. Oh, gib mir den Heiltrank nicht rein. Es heißt Heiltrank nicht rein. Nicht kriegst du. Oh, du Geier. Was ist los mit euch? Ach so. Sag doch, was soll ich echt nicht geben? Oh, du bist so ein Held. Sag noch, verletzenden Kamerl. Was denn genau? Ich hab den gebraucht. Jetzt. Du hast ihn immer noch. Um mich gut zu fühlen. Ich fühle mich Gas retten. Oh, ja. Oh, Headshot. Oh, jetzt benutze ich den Krank. Perfekt. Hast du Assassine gehört? Hast du Assassine gehört? Der ist ganz hin. Oh. Einmal getroffen. Komm, komm. Der kommt, der kommt. Der kommt. Der kommt. Leute, er kommt. Ihr könnt ihn auch markieren. Ja. Klar, aber das bringt nicht viel beim Treffen. Das bringt in dem Sinne was, dass wenn der teleportet, du trotzdem noch die Markierung hast. Rächt jetzt? Die bleibt? Ja. Wenn der wegportet, kannst du trotzdem sich umgucken. Wenn du dann die blaue Markierung siehst, wirst, ah, der ist erst hinten auf das Toff gejoggt. Lass mal erst alle hochkommen, bevor wir runterspringen. Da ist der Würfel. Oh. Ammo. Würfel. Ich hab einfach beides genommen. Na ja. Guck mal. Du stehst ne halbe Stunde vor dieser Truhe. Guck mal. Würfel. Und Ammo. Los, Leute, runter. Zusammenbleiben. Mach jetzt mal einen Job hier. Ja, aber lass bitte erst runtergehen. Zusammenbleiben hier. Die aktualisieren jetzt doch besser die HP. Ja. Hier steht's vor. Okay, ich mach den, okay, ich mach den, okay, ich mach den, den neuen Vote. Äh, Oli, hier oben's Leben. Bei Sturmraten hier. Bei Sturmraten hier. Bei Sturmraten hier. Ja, warte, hier ist Sturmraten. Ich will jetzt ne Bombe. Oh geil. HP. HP Baxter. Da. Komm mal, jetzt gib mal bisschen Gas. Äh, geh mal direkt rüber. Gib mal bisschen Gas. Ähm, lass erst den untere machen. Hier nicht am besten. Wunderfall. Danke für den Tipp. Ja, dein Dick. Ich diebe, ich diebe diesen Spawn hier. Oh, dicker. Der dick ist. Ganz dicker. Nee, äh, Rüstung ist dicker. Sturmraten. Bam. Ich hasse, ich will die nicht Sturmraten nennen. Äh. Und wir haben ein Problem hier, Oli ist tot. Ich snipe mal hoch. Ich kriege ihn, ich kriege. Dein Kopf spritzt die ganze Zeit auf mich drauf. Oh, ja. Was ist das denn? Ich hab mal Assassinen gehört. Und, girl. Oh, Ruhe. Leute, der Stütz war gekleckt. Das Gehen, bitte. Ah, Assassinen auf mir. Gabi. Wir gehen direkt durch. Warte. Erstmal raus hier. Raus, raus, raus. Draußen lässt sich besser kämpfen. Sehr gut. Lass wieder leben. Versucht man jetzt nicht alles, äh, an Leben gleich zu spammen, wenn der... Hier ist hier Muni, ne? Noch mal. Boah, ich brauch Muni. Ist das unendlich oder einmal? Unendlich. So, und jetzt rüber. Äh, lass bei dem Schiff. Stacken, oder? Go, go, go. Und wenn der Dicke kommt, dann sofort da raus. Lass ihn unten lang. Hier ist jetzt direkt. Okay. Lauf, Ugo. Und renn da. Rein. Und Nori vorstellen mit dem Schild. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Das ist so wirklich. Nein, nicht ganz. Wir bleiben einfach hier an der Wand stehen. Wenn wir uns noch, äh, zersprungen lassen, dann immer hier schild an die Wand. Du kannst hier noch einmal blocken, Ugo. Das kostet dich halt dann alle deine Blocks. Oh, scheiße. Okay. Fuck. Ich hab noch ne Bombe. Soll ich die werfen? Ja. Ja. Ich hab ihn, ich hab ihn bitte direkt treffen. Tristan! Schön, und zurück zum Boot. Oh, Stringler. Okay, das Boot kommt jetzt an. Sehr schön. Das wird was. Wir haben einen Bonuswürfel, gell? Diese Welle. Sehr schön. Maximal Erfahrungspunkte. Drauf da. Yeah. Funktioniert doch. Anfang, Anfang war wieder ein bisschen heikel, aber sonst. Das war ja echt. Ein extra Würfel sieht mittlerweile immer echt wenig aus, ne? Oh, da ist Schmuck. 1, 2, 3, oh Gott, 4. Nein. Ich hab keinen Schmuck. Ich hab keinen Schmuck. Ich hab keinen Schmuck. Ich müsste die volle Zahl bekommen. Und ich... Zwei! Oh, ich krieg doppeldeutsch, ernsthaft. Scheiße. Ah, da wäre blauer Schmuck. Oh, schau wieder diese... Vielen Dank.